Willkommen zurück, YouTube! Wir haben den Höhlenangang gefunden... ...ein wenig... ...unelegant... ...und... ...neise... Scheiße! 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 Okay, der Überraschungsmoment ist jetzt hin! Ah! Was hast du geworfen? Idiot! Komm! Oh, ich habe leichte Probleme! Wieso kommen denn jetzt hinter mir so... ...gegner? So! So! Jetzt gehen wir ruhe hier! Endlich! Nichts wie rein hier! Oh! Was? Hä? Wo denn? Hier ist alles verdrahtet! Okay, jetzt spreng ich das Ganze eben in die Luft! Ah! So! Komm! Bum! Zum Glück hält die Höhle das aus! Was bist du? Gollum? Oh nein! Tust du mir was? Nein! Du bist mein Litter! Ja! Okay! Fuck! Wo denn? Ich weiß beim Westen! Ich weiß beim Westen! Ah! Da! Du! Hey! Ich treffe die Schlangen und treffe ich nie mal im ersten Mal! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh! 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 Bin ich jetzt erschrocken! Scheiß Krokodil! Nein! Okay! Okay Jason, denk an Indy! Der Siegel kann ich sicher nehmen! Jetzt ist aber keine Falle! Ja! Das war jetzt nicht so schwierig! Ich glaube der schwierige Teil kommt noch! Ich glaube der schwierige Teil kommt noch! Ah, was war das für ein Geräusch, man? Wieder ein... Knurrt hier was? Oh nein, das ist das Boot. Oder? Oder Holz? Nein! Fuck! Du wirst bestimmt auf den Vorsprung. Ja, komm. Zweifel schalten, einfach. Ah. Komm schon. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Die Stange sieht verratet aus. Aha, einfach draufschießen, oder? Ja. Das ist gut. Das ist... Super. Undrehen. Ja, aber das ist noch nicht genug. Hier hoch. Ah! I see, I know what to do. Okay, noch einmal. Okay, send hier hoch. Ah, hier. Daneben. Ouch. Ui. Fuck. Ah. Ah. Pfff. Hm. Okay, ich kann gar nicht hier durch. Ja, finde einen Weg. Ich finde ja einen Weg, aber nicht so schnell. Kann ich oben lang? Ah, rübersteigen. Okay. Nur nicht... Man sollte nicht immer so weit nachdenken. Okay, endlich am Ziel. Verdammt, ich nehme dir erst den Schatz hier mit. Also den kleinen Schatz. Und hier. Hey, jetzt noch mehr, dieser Teller. War das alles? Ja. Okay, gib es mir. Ist das, woran ich suche? Ich weiß es nicht. Scheiße! Na, so. Raus hier. Komm schon, Jason. Nehmen den Kompass. Darf ich ihn nicht schon? Doch, aber wie? Wie komme ich hier weg? Ah, hier lang. Nicht gesehen, nicht gesehen, nicht gesehen. Okay, schön langsam. Okay. Passt auf, Schlangen auf, JJs. Oh, hier geht's raus. Ah, ich hätte von Anfang an den Hinterangang nehmen sollen. Boah, ist das hell. Wie findest du mich immer? Ja, wirklich. Ach, ich weiß. Dir hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Hellen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte. Aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hm? Na, fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitt dich mit Keith. Ich hab nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Ich steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich seh dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenn dein Ziel. Boah, das sind die Leute voll. Kann ich damit... äh... schießen? Mich teleportieren? Mich ver... Verzwei... Oder verdreifachen? Ich muss wieder mit Buck sprechen. Ach... Pfff... Na... Immer dieses hin und her. Okay. Sackgasse! Nein, oder? Ja, jetz. Scheiße. Ah, Mist. Ich hab's mir anders erhofft. Oh, ich will dir nichts. Also lass mich bitte auf in Ruhe. Boah. Was haben die hier gemacht, ey? Illegales Autorennen um... den Teich So Weiter geht's Geh ich eben hier entlang Oh, ich höre ein Auto Oh, hoffentlich erwische ich ihn noch Ja Ah, hier kommt noch eins Ja, warte Boah, was ist denn das für ein goldener Schnein Der Schuss war super Das Auto ist cool Boah, Jason, was hast du für ungeahnte Kräfte Ich wette, das ist der Teller Das ist ja krass Das war cool Krass Geh weg, ich weiß nicht, gestoß dich Immer diese Probleme Ja Konzentrieren Fuck, ich hätte längst durch müssen No Ah, super Leiter Kann ich rübersteigen und hoch Was ist das hier für eine Anlage Oh, ihr seht mich nicht Komm ich hier durch Oder bin ich zu dick Was Äh, komm Jason Fuck, ich bin doch schon bei Night In echt jetzt? Das muss doch gehen Wo stecke ich denn fest Pack die Waffe weg Na, das geht nicht Gut, dann gehen wir eben zu Fuß Na gut, jetzt bin ich wieder da Ich komme näher Aber, äh, auf umwegen Da ist diese Schröte wieder, Mann Junge, könntest du mich mitnehmen? Du, du Ficker Du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst Ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist Aber Jace Keine Sorge Denk an Keith 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 heult die ganze Zeit nur Eigentlich geht er mir echt auf den Sack Halt's Maul Nein, 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 nein Erst noch eine Geschichtsstunde Hör zu Also, Zheng He Mit seinen Schatzschiffen Die Schätze für die Mingensammelten Weißt du noch? Ja, Mr. Buxer Natürlich Antworte gefälligst Wenn ich dich frage Anfängst du, klar Nun, dieser Zheng He Hat einen Kapitän namens Ling Kong Und Ling Kong Hat sich davon gemacht Mit der ganzen Scheißladung Der Cha Yang Vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt Versklavte alle Einwohner Aber Zheng He Oh, der fiese Zheng He Hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace Sehr aufgeweckt Hm, der Schatz Der Schatz Keiner weiß, wo er ist Jedenfalls nicht auf dem Boot Hm? Und Ling Kong Der Ficker ist auch verschwunden Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht Und die blöden Japaner Haben die Insel umgegraben Aber keiner weiß, wo er ist Also nicht trödeln, Jace Hm? Hau rein Viel Glück Das kann ich gebrauchen Freundchen Der große Schatz ist irgendwo hier drin Ich hoffe es Ich nehme den Lift Das ist doch niemals eine gute Idee Ich hoffe, dass wir meine Zweifel Ich glaube, ich werde es jetzt erleben Folge den Schienen Was ist los? Oh nein, nicht jetzt Nicht jetzt Kannst aufhören Da kommt einer, Jace Jace Okay Das macht aber nur Sinn, wenn jemand da runter steht Boah So schieße ich denn hier und die Die ganze Zeit nur neben Bevor ich die nächsten 7000 Gegner erledige Mache ich hier einen Cut Ich bedanke mich für's Zu sehen Und wir sehen uns im nächsten Teil Und wir sehen uns im nächsten Junge Ciao onge